Bei meiner Tätigkeit als Aufzugsmonteur muss jeder Handgriff sitzen. Damit ich später optimal vorbereitet bin und mich sicher an meinem Arbeitsplatz bewegen kann, lehre ich während meiner Einarbeitung im Liftcamp Schritt für Schritt die Arbeitsabläufe kennen. So weiss ich bereits jetzt schon, auf was ich bis ins kleinste Detail achten muss. Bereits im Liftcamp wird von mir selbstständiges Arbeiten verlangt, damit ich in der Zukunft jede Herausforderung meistern kann. Unter wachsamen Augen darf ich lernen, mich weiterbilden und für meine zukünftigen Aufgaben vorbereiten. Quer einsteigen oder nicht, mach auch du den Schritt und starte deine Karriere in der Aufzugsmontage.